RIDER ON THE STORE Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem Kamm Oh, oh, schlau, oh, beauty bitch Oh, yeah Es fängt wieder an, ich darf wieder am Tag vorher aufnehmen Heute ist noch Sonntag Und sieht man da hinten Wer scharf kombiniert und sieht, dass der Dunkel ist Da draußen, da Fenster, dunkel Und ich lade heute am Montag hoch Also am Montag für euch hoch Um 15.30 Uhr, da ist nicht dunkel Kann nicht sein, dass ich Montag auch nehme Es könnte auch Samstag sein Aber ist es nicht Ha Was haben wir dann letztes Mal gemacht Ja, oh, wir haben unsere Kugel fertig gemacht unsere Kugel Google Unseren Google-Hupf Können wir hier erstmal die abernten Hey Don't lag, please don't do it Da war schon wieder lag, ich habe schon gesehen Ich habe Angst Dabei habe ich sogar... Oh. Es darf nicht lenken. Es darf nicht. Es darf nicht passieren. Nein. Oh, yeah. So. Übrigens werde ich... Vielleicht... ...die Tage mal ein Video hochladen. Wo ich mit Minecraft was teste. Außerdem wird es demnächst was richtig cooles geben mit Minecraft. Also da könnt ihr euch freuen, die Minecraft-Frenzies. Die Friendos mit Minecraft. Die Minecraft-Friendos. Können sich richtig auf Minecraft freuen. Denn da wird es was richtig cooles geben. Bald. Was mit anderen YouTubern zusammenhängt. Wo ich aber noch keinen Namen nennen möchte. Hannibal. Morgan. Musik. Was? Was? Hat man eh nicht verstanden. Hoffentlich. Ist ja wurscht. Eigentlich kann ich es verraten. Aber ich möchte gar nicht. Außer dieses kleine Husten. Und da könnt ihr euch freuen. Das wird nämlich sehr cool. Sehr, 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 toll. Und das wird auch auf euch zukommen. Im Laufe... In der nächsten... Vier bis sechs Wochen. Ja, das klingt auch ein bisschen lang. Aber ich glaube ja, nicht lang. Nicht lang. Vier Wochen verfliegen wie nüchst. Ich kann noch mal Hühner fortpflanzen. Das wäre echt lustig. Video, plopp, plopp. Plopp. 1000 Hühner... Könnte ich machen? Mach' ich aber nicht. N Shore am Rad. Ich dreh' mich dran. Ich glaub' ich drehe am Rad. Ich glaub's nicht nur ich tue sacrifice. Okay. Ähm leg. ÄhmガFPF. Oh, LK. Und es wird natürlich wieder als übrig... vor da so macht also wir werden wahrscheinlich wieder aufgrund meiner unglaublichen wenn wir da kommt noch mehr raus sparen können die letzten vier sechs holz aber hey dann sind wenigstens verbraucht ja folge 198 wo ich sagen muss ich hab doch eh kein mensch mehr an würdet ihr euch gäste wünschen einfach leute die eventuell per skype oder auch irgendwelche aufnahmen oder gestern die bei mir sitzen halt mit zuschauen und mit kommentieren einfach mal mit labeln einfach hier so leute die ich kenne ich kann ja mal auch youtuber fragen so möchte ich mit mir aufnehmen richtig nur wahrscheinlich mittelfinger gezeigt oder block waren weil ich so ein unbedeutender niemand bin aber es wird aufgrund der änderungen diesen vier bis sechs wochen dinge viel viel mehr minecraft neben dem ganzen aufgeben also ich werde da mir ziemlich den die kuperze aufreißen damit da wirklich viel gemacht wird also wirklich gemacht wird also also wenig ist das jetzt nicht nur und es war wirklich einfach immer noch zu wenig ich habe nicht mal die eine reihe fertig bekommen krasser schädel und ich freue mich richtig auf die zelda auf zelda zelda aufnahme den offener die burg den ist bald fertig und dann haben wir auch abgeschlossen nach wahrscheinlich wenn es fertig ist 80 parts oder so halleluja aber da kann ich mein neues projekt hat und ich habe mir schon vier projekte also zwei uralt angefangene projekte was mache ich eigentlich wobei ich könnte mal gucken ob ich hier noch etwas habe noch zwei uralt angefangen habe ich angefangen bevor ich überhaupt dieses projekt hier angefangen hatte aber da hatte ich noch einen alten pc und alles dies das jenes pupsi 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 da hatte ich sogar noch nicht mal windows 8 auf meinem alten kasten drauf das heißt das ist schon einige zeit her also einige zeit heißt auch wirklich einige zeit und ja was genau hatte ich gerade sagen entweder mache ich eins von denen damit ich also ich weiß nicht ich habe irgendwie schon bock auf die aber es sind jetzt so projekte die auch wieder so 400 jahre dauern und dann habe ich ein projekt was eventue naja das dauert nicht so lang es kommt also auf den skill an von mir und bisher sah das halt ich habe ein paar folgen aufgenommen bis ich dann halt irgendwann 2016 gesagt habe ja so das habe ich schon länger auf dem kasten diese ersten folgen aber die werde ich auch nicht neu aufnehmen auf keinen fall weil die voll voll richtig dumm sind und voll geil und ihr werdet nie rausfinden was es ist und das passiert wenn man hier nicht arbeitet und ja dann hätte ich noch eins was ja relativ lange dauert auch aber was halt voll geil ist was für mich halt an sich zum spielen nicht lange dauert und hat auch kein stress ist es ist halt einfach super entspannt die anderen zwei spiele die ich schon länger habe sind halt schon ein bisschen harten in der Giga und ja ich hätte noch ein fünftes projekt in meiner hier oben drin wo ich nicht sagen würde ich würde spielen würde es hier oben passen noch was hinzusehen nee oder nee sieht gut aus so und wir haben es geschafft und oh mein Gott eigentlich müsste ich es noch andersrum auch hin machen also die so hinzusetzen im Moment kriege ich es hin boah kriege ich es jetzt auf den versuch hin so es würde halt dann schon irgendwie gut aussehen aber oh nee vielleicht schon anders also nicht zumindest nicht jetzt halt da würde ich einfach weg hoppeln so hopp 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 also ich muss schon sagen mega nice ich muss mich halt nur überlegen ob ich hier eine Tür hin mache ähm also ob ich hier eine Tür oder was ich da hin machen möchte ich muss gerade überlegen eine Tür oder so keine Ahnung wir gucken mal nach der Tür wir kicken mal nach der Tür natürlich die hässlichsten Töne der Welt aber äh sieht halt an default holz shit im texterpack wobei ich sage diesen Aufwand muss sich niemand machen extra texturen von holz zu ändern so oder boah alter ist das argi alter das ist hier noch ach nee oder mach mal den hier weg warte mal ach nee schmarrn ah fuck ja 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 mach mal den hier weg mach mal den hier weg mach mal den hier weg hopp ach ach vielleicht oh Gott mein Auge ach das war wahrscheinlich das creepieste was ihr immer im Leben erledigt hat 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 das ein Auge aus aber ich würde sagen was kann man hier noch hin machen kann man hier so ein Ding setzen genau jaja ja das ist ja blöd vielleicht brauch ich das Ding ab und wenn sie es so ben ich kann diesen scheiß ja auch weg machen weil ich habe eine türe die geht auf und geht zu und dann ist alles dicht für an der setzfunktion geil beste es hat funktioniert wir haben es geschafft leute oh mein morgen in der früh wenn ich aufwache jetzt hier aufwache ist mein haus meine kugel und 420 endermänner haben sie stolen ich habe gerade was nachgeguckt aber das war mein brain so ungefähr war mein brain gerade sehen wir noch schnell hinten die sachen dann ist auch für diese folge schon wieder ich würde sagen wir machen mal in dem raum hier ende würde sagen dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn es heißt minecraft vanilla bis dahin